Nach einem Anstieg von Fällen der indischen Corona-Variante will die britische Regierung mit gezielten Massentests in betroffenen Regionen die Ausbreitung verhindern. Außerdem würden mobile Teams im Nordwesten Englands sowie in London die Nachverfolgung von Kontakten verstärken und noch mehr Proben genetisch untersuchen. Laut Statistiken des englischen Gesundheitswesens hat sich die Zahl der Fälle der indischen Variante innerhalb einer Woche auf gut 1300 Fälle verdoppelt. Untertitelung des ZDF, 2020